So Leute, ja, es geht wieder weiter mit Super Mario All Stars. Und das ist jetzt schon, glaub ich, der dritte Versuch insgesamt, äh, diese Welt, diesen Durchgang zu, aufzunehmen. Bis zu Welt 5 halt. Weiter kam ich bis jetzt noch nicht. Und, ja, das geht schon los, nee. Schon wieder mit Failen. So. Ähm, ja. Äh, ja, schon wieder, yay! Ich mag's nicht. Ganz ehrlich. Also, Madoc schon, ist ja los. Ehy, was soll der Scheiss? Das will ich nicht. Schauen, ob ich es jetzt schaffe. Ja, das ist schon mal gut. So. Und weder Piz... Ja, geht doch. So. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do. Oh, oh, okay. Den hab ich doch keinmal gesehen, eigentlich. Oh, warte. So. Musste mich kurz kratzen. So. Die Brüder. Und hier ist schonmal Checkpoint. Das ist schonmal gut. So, da oben. Hä? Da ist ein Pilz. Los. Dankeschön. So, jetzt hab ich ihn auch. Jetzt hab ich's einmal geschafft! Nein! Ja, was ich damit meine, ich hab's auf einmal geschafft. Ich glaub, in der Mitte war... ...war den ganzen Kirchen. Ja, das war, glaub ich, so ne Ranke, wenn ich mich richtig erinnere. Oder irgendwie sowas ähnliches halt. Auf jeden Fall hab ich bei der zweiten Aufnahme... ...hab ich ziemlich lang gebraucht, äh, um da reinzukommen, was ich auch nicht geschafft habe. So. Und die Blume, genau. Richtig. Äh... Oh, das ist scheiße, das ist gleichzeitig. Wow. Und Slack wird erneimt. Ey, werd ja synchron. Ganz ehrlich, ich werd nicht asynchron. Denk nicht mal da dran. Okay? Ja. Gut, dass du auch sofort schubtingst, Mario. Ach, scheiße, die Punkte. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Was soll ich eigentlich erzählen? Ich weiß es nicht. Wobei... Das Level kann man nicht fast speedrunnen, das weiß ich noch. Also sprich, man kann eigentlich... Genau, das war der Scheiß. Nein, was? Schon... Was? Schon durch? Hä? Ich bin verwirrt. Welches Level war das dann? Oder war das 3-3, wo man... ...über die Pflanzen springen musste, bzw... Näh. Hä? Ich bin jetzt wirklich ganz verwirrt. Egal. Verwirrung ist... Kann gut sein. Also... Wow, wow, wow wow. Ja gut Mario! Dass du so rutschst, das hab ich so be funcionen. 3-1 wieder! Was hab ich jetzt gemacht? Hä? Wie war das denn jetzt? Wie bin ich jetzt unter ihm gekommen, ohne zu sterben? Und wieso hab ich ihm wirklich nichts bedeutet? Ich lasse es jetzt ehrlich. So. Kommt her. Los. Geh dann. Geh doch. Wow. Und leh. Ey. Ich werd das Video wieder asynchron. Ich seh es jetzt schon. Wenn das asynchron wird, ne, dann... Ja. Dann fäll ich meinen Pilz. Logisch. Aber ich hab keinen Bock auf Asynchronität. Das ist scheiße. Wobei... Verdammte Scheiße. Tut mir leid. Das wollte ich nicht sagen. Äh... Wow. Los. Ja Mario. Geh nicht drauf. Nein. Ähm... Mario. Bitte. Dankeschön. Ähm... So. Na aber... Mal schauen. Mal schauen, wie lange ich jetzt brauche. Bis zu 5-1. Nein, nein, nein. Geht erstmal hoch. Geht hoch. Geht hoch. Geht hoch. Verdammte Scheiße. Das ist ziemlich schade. Ähm... Mario. Geht hoch. Geht hoch. Wieso hab ich jetzt eigentlich an Mario appelliert. Wow. Das war... Das war... hoch. Irgendwie. Ähm... Ja. Toll. Und ich fliehe sofort. Und... Wow. Das sah cool aus. Ja. 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 Ähm... Ähm... Fast. Fast hätte ich auch für den Trainer. Ich verstehe nicht. Wieso... Wieso geht das so... Hä? Ich bin verwirrt. Ich weiß nur, bei den ersten zwei Aufnahmen... Oh nein. Ich hab's wirklich nicht getest... äh... Nicht getest... äh... geübt. Das waren halt zwei Aufnahmen, die viel geschlagen sind. Aber... ich versteh's nicht. Da war das so schwer. Jetzt... jetzt rush ich ja durch das zweite Level. Ich versteh's ehrlich nicht. Aber... da... Ähm... Ja. Wollte ich gerade sagen. Eigentlich, dass ich mich gar nicht zu bemühen brauche. Weil wär sowieso sinnlos. Egal. Verdammt. Ich glaub... Naja. Ich glaub, selbst wenn ich nicht geschüttelt werde, hätte es nichts genutzt. Dap dadadap dap dap. Ähm... Okay. Also ist mir irgendwie aufgefallen, dass ich immer wieder das Gleiche versuche. Und es... immer wieder nicht klappt. Aber... vielleicht hab ich gerade auch nur so... Hallus oder sowas. Ja, und der bewegt sich auf einer Stelle. Ist so logisch. Und ich will hier ein Plissophon. Yay! So. Ey, wieso... Wieso... wieso überlebt der Dritte das? Wieso? Wieso? Ähm... War hier ein Stern oder...? Ja, okay. Ich kann's nicht nachschauen. Dap 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 dap. Das ist ein Vorteil... Das ist eigentlich ein Vorteil, wenn man... äh... wenn man Sound und Stimme separat aufnimmt. Aber... ich bin einfach zu dumm, das sich zu hantieren. Hat man ja schon in den ersten Tales of Folgen gesehen, wie gut ich das kann. Wie synchron auch vor allem. Naja, egal. Ich... ich seh das, ehrlich. Ich kann das... ich seh schon wieder die Zukunft. Es wird asynchron. das ist ein krone mal schauen mal schauen wie lange ich diesmal aufnehmen also ob ich auf wieder bis 5 1 mache oder nicht je nachdem wie lange ich brauche und je nachdem wie lange ich brauche wird das auch dann ein stück hoch bleiben oder nicht oder halt gesplittert mann meh ach gut los geht sterben geräusche mit sowas muss man erst mal nachmachen ganz ehrlich ist du wirst Ich glaube nicht. Los! SP-SP-SP-SP-SPLICK! Wo? So, Spring... Nein, wieso Spring? Sag ich nicht. Ähm, wieso hab ich gesagt... Das war irgendwie unnötiger Tod, ganz ehrlich. Vor allem das war noch ein sinnloser Tod, Mann. Los, lauf. So, 3-3. Einem Leben schon wieder, yay! So, auf jeden Fall fällt mir grad so auf. Ja, grad irgendwas, doch ein bisschen... Und ich weiß nicht, was ich jetzt sagen wollte. Komm! Hau schön ab, damit ich den Pilz bekomme. Dankeschön. So, ist hier was, weiß ich dir erst ehrlich nicht mehr. Gut. Ähm... Ich bin jetzt ganz vorsichtig, ganz ehrlich. Ich möchte jetzt nämlich nicht wirklich wieder ein Leben verlieren. Oder mein Pilz. Das wäre ein bisschen schlecht, um ehrlich zu sein. So, jetzt einfach... Äh... Mann, Mann... Mann... Ich bin... Mario... Dankeschön! Ja! Spreng in den Tod, Mario! Genau so hab ich's nämlich gewollt! Genau deswegen solltest du die Blume holen, damit du den Tod stürzen kannst, verdammte... Ähm... Egal. Komm runter, komm runter, runter, sofort. Dankeschön! So... Da. Och, ey... Mano... Lass ja, da möchtest du mich an die erste Aufnahme... Alter habe ich auch irgendwie ziemlich lang gebraucht. Mit 2 ging es ziemlich zackig halt. Wow. Skill. Glaube ich mal. Da 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 da. Und wow, exakt 300. Wieviel Sekunden... Aua, was is dat? Irgendwann stechen doch Schmerzen. Hä? Wie? Hä? Ich bin verwirrt wegen der Zeit jetzt. Da stand doch gerade 300 exakt. Das schau ich mir mal später an. So. Du machst mir jetzt keinen Ärger. Ja. Kein Kommentar. Boah, das war schlecht, ne? Let's Play. Keinen Kommentar zu geben. Das war ein bisschen langweilig, glaube ich. Da. Boom. Hello. So, der soll... Gut, dass du so schnell feuernst, Mario. Ich meine... Ja. Gut, dass man so schnell feuernst kann überhaupt. Was ist da? Oh, wir leben diesmal. Wow. Das heißt, ich habe jetzt eine höhere Chance. Ich frage mich gerade, ob das in Welt 3 bis 4 das Schloss war, wo man die richtige Pfade wählen musste. Oder ob das schon hinter mir ist. Ich weiß nicht mehr. Wow. Leck! Und wie schon gesagt, es wird definitiv asynchron. Kann ich jetzt schon voraussehen. So. Naja, egal. Dann soll es asynchron werden. Und... Okay. Wieso habe ich mich die ganze Zeit so dumm angestellt? Ich weiß jetzt nicht warum. Aber warum? Warum? Warum denn? So. Und es war... Nein, es war nicht hier. Noch nicht. Oder? Nein. Aber es war genauso... Aber ich erinnere mich, das war genau so abgefuckt. Ja, okay. Oh, irgendwas. Das habe ich im Hals, glaube ich. Wow. War so klar. Den ersten habe ich knapp überlebt. Also knapp überstanden, sage ich einmal so. Und den zweiten natürlich muss ich den da treffen, weil sonst... Sonst wäre es ja... Ich weiß nicht, sonst was. Okay. Ich bleib bei meinen Worten. Es wird asynchron. Und dafür kann ich wirklich nix. Im Gegensatz zu den ersten Tales of Teilen. Oder generell, wo... Wo ich die Audiospur separat aufgenommen habe. Ich glaube, jetzt hat der Boss... Ja. Egal. Los. Geht doch. Danke, Mario. Aber unsere Prinzess ist in ein anderes Castle. Das war das Level. Was ich meinte, da kann man hauptsächlich durchstruschen. Also... Ja. Und... Doch nicht. Und jetzt aber... Woa. Das war ich... Woa. Ja. Wie gesagt, ist eigentlich so reines Rush-Level. Also... Eigentlich ist ja jedes Level ein Rush-Level eigentlich. Aber so halt, wo man wirklich nur durchrennen muss. Und wirklich nur springen, wenn da ne Lücke ist oder so. Und lag. Asynchron. Oder ist jetzt wieder... Oder ist jetzt wieder synchron? Das ist lustig, wenn irgendwie... Glaube ich. Da-da-da-da-boom. Naja, mal schauen. Ach, Mario. Warum... Warum rennst du nicht? Ja, ich erinnere mich wieder. Dö-dö-dö-dö-dö. Ich will das Wasser noch kurz hören. Deswegen... Deswegen... Äh... Werde ich mal kurz den Ersatzes sein. Und nix noch. Okay. Okay, ich weiß nicht, was ich versucht habe. Ich weiß es ehrlich nicht. Dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö. Dö-dö-dö-dö-dö-dö. Oh, ich mag die Musik, ehrlich. Scheiße. Jetzt bekomme ich den Blitz nicht. Oder doch, ich bekomme ihn. Mario, du... Ach, ey, Mario, Mario, Mario. Warum springst du nicht, wenn ich auf A drücke, Mario? Egal. Speichern. Denn jetzt habe ich es ja offiziell. Und ich lau... lau... Ja, ich lau... in den, äh... Wie ist das?